Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin. Bei 29.000 US-Dollars hat sich eigentlich sehr, sehr wenig geändert. Trotzdem möchte ich nochmal auf den aktuellen Fahrplan eingehen, wie wir uns jetzt im Endeffekt nochmal positionieren könnten. Wir sind im Wochenausblick schon sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen, was die Woche so noch anstehen könnte. Donnerstag, Freitag vor allem die wichtigen Tage, auf die es die Woche ankommt, meiner Meinung nach. Trotzdem müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gibt es natürlich die BingX-Aktion, weil wir da ein paar gefragt haben. Ihr könnt weiterhin 100 USDT einzahlen bei einer Neuregisterung und kriegt dann 50 USDT als Free Trade, das heißt ein 20er und 30er USDT. Und dann kriegt ihr auch noch mehr Bonus, aber dafür müsst ihr dann mehr traden und sowas. Aber die anderen sind ohne Begrenzung dabei. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rüber in den Chart. Bitcoin, wie gesagt, bei 29.000 USD. Ich habe hier nochmal zumindest so einigermaßen versucht, dieses Falling Wedge einzuzeichnen. Ich bin kein Freund. Ich habe es im Livestream letzte Woche schon mal dazu gesagt. Ich bin kein Freund davon. Ich habe es jetzt mal eingezeichnet, so richtig gefallen tut es mir nicht. Auch so von den Berührungspunkten. Je nachdem, wenn wir die Wicks nehmen, haben wir noch deutlich mehr Potenzial und sowas. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich lasse es jetzt erstmal so drin. Ändert aber jetzt nichts an der Sache, wie ich im Endeffekt weiter vorgehe, beziehungsweise wie jetzt der weitere Fahrplan ist. Und zwar, wir haben immer noch unseren Wick hier oben bei den 30k, deswegen auch diese grüne Box. Das ist auch immer noch so ein bisschen mein Maximalziel. Ich würde dann gerne hier oben eben diesen Short reingehen mit diesem Wick füllen. Hier oben vielleicht nochmal den Stop-Loss dann über diese grüne Box, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Die 30.400 US-Dollar, das sind die Zonen, die ich weiterhin im Blick habe. Daran hat sich nichts geändert und da würde ich auch gerne weiterhin eben die Shorts planen. Vom Schwung her fehlt mir hier aber noch einiges. Wir haben momentan wieder so eine leichte USDT-D-Pack. Das heißt, der USDT-Price ist nicht wirklich bei einem Dollar, ist wieder ein bisschen tiefer. Dann habe ich es heute früh schon gepostet. Huobi gibt es auch wieder so ein bisschen Insolvenzgerüchte, muss man so fairerweise sagen. Also es spricht sich wieder so ein bisschen rum, ja, hier könnt ihr Insolvenz und sowas bevorstehen. Deswegen habe ich heute früh mal gepostet, zieht da alles ab. Keine Ahnung, wer überhaupt da tradet. Kenne ich, glaube ich, persönlich keinen, aber trotzdem wollte ich es einfach mal zur Sicherheit sagen. Justin Sun wiederum hat es gleich wieder revidiert. Deswegen, ich weiß nicht, ich tue mir schwer momentan hier überhaupt noch einen Long irgendwie zu starten. Grundsätzlich, wie gesagt, ist halt das Ziel hier oben die 30.400 Maximum, beziehungsweise hier eben die 30k. Das ist das Ziel. Ob ich jetzt hier ganz ehrlich noch das Risiko eingehen möchte, hier den Long mit nach hoch zu nehmen und dann muss ich ja auch im Endeffekt hier das Risiko halt eingehen. Das sind zwar nur 1,3%, aber trotzdem weiß ich nicht. Da spekuliere ich derzeit nämlich ein bisschen eher drauf, dass wir möglicherweise hier im kleinen Golden Pocket maximal sogar nur bis 29,6 gehen. Dass wir hier vielleicht nochmal einen kleinen Versuch starten, das heißt die Oberkante, hier dieses auch andererseits eingezeichneten Falling Wedge, hier nochmal reinzugehen und dann eben diesen Move nach unten hin mitzunehmen. Ich bin weiterhin shortlastig, habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt. Wir haben die Woche Inflationsdaten, die rauskommen, Erzeugerpreise, die rauskommen, die Stockmärkte, also nochmal kurzer Überblick zu machen. S&P 500 und so sind letzte Woche deutlich, deutlich nach unten hingefallen. Mal schauen, wie die später noch öffnen oder wie es da im Endeffekt noch weitergeht. Dow Jones auch ein bisschen unter die Räder und der DAX stabilisiert sich gerade ein bisschen. Das sind alles so Anzeichen dafür, weshalb ich eher davon ausgehe, dass wir nochmal Richtung 27,6 runtergehen. Ich habe es schon da unten reingeschrieben. Das ist die Verdopplung von unserer großen Long-Position, die noch offen ist. Würde mich aber, wie gesagt, gerne noch short positionieren, entweder hier die 29,6 oder eben die 30k. Das sind so die Maximalziele, die ich einfach sehe und dann gehe ich ganz stark davon aus, dass wir Richtung 27,6 bis ungefähr 26.700 US-Dollar runterfallen. Daran hat sich ehrlich gesagt nichts geändert. Mal kurz einen Blick auf den Daily werfen. Hier sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus, wenn wir das jetzt mal so zeichnen mit dem Falling Wedge, aber ist jetzt auch kein Paradebeispiel. Also muss man schon fairerweise so sagen, wir haben die Ineffizienz unter uns liegen. Die sollte meiner Meinung nach immer noch gefüllt werden. Das sind die wichtigsten Faktoren und ansonsten gibt es meiner Meinung nach hier zumindest wenig zu sagen. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier ein bisschen Ernüchterung derzeit zumindest, zumindest kleine Ernüchterung. Auch hier tut es sich sehr, sehr wenig. Das war der Fahrplan von, lass mich lügen, Freitag. Es hat sich immer noch nichts getan, deswegen sperren wir das oder ziehen das mal noch ein bisschen weiter rüber. Oder auch hier ist weiterhin der Fahrplan eher ehrlich gesagt so Richtung 1885 irgendwo in der Gegend eine Short-Position zu eröffnen. Und auch mit eben dem Ziel, dass wir hier mindestens nochmal runtergehen Richtung 1740. Wir müssten uns das mal prozentual ganz kurz angucken. Heißt, wenn wir jetzt hier runtergehen, wären 5%. Gehen wir bei Bitcoin runter Richtung Golden Pocket. Schauen wir uns auch mal an, wären es auch 5%. Also es würde so sehr, sehr gut passen, prozentual zumindest von so einer Korrektur. Bitcoin geht Richtung 27,5. Ethereum geht Richtung 1740 US-Dollar. Und dann können wir von hier aus einen Run starten. Oder halt auch nicht, je nachdem, was da jetzt noch für Zahlen irgendwann jetzt im Laufe der Woche kommen oder so. Oder wie das jetzt weitergeht. Auf jeden Fall geht ja auch momentan Ethereum mit Bollinger Bands. Die ziehen sich immer weiter zusammen. Also es wird ein Move kommen und ich glaube, dieser Move wird sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele überraschen. Deswegen würde es mich nicht wundern, erst nochmal hoch, ein paar Shorts rauszukillen. Deswegen auch der Fahrplan so ein bisschen über diese Range, um noch die ganzen Shorts rauszukillen und dann erst abzuverkaufen. Einfach um so wenig Leuten wie möglich die Chancen zu geben, hier irgendwie in einen Short reinzugehen. Ja, ansonsten gibt es derzeit wenig zu sagen. Auch vom DXY her haben wir auch drüber gesprochen. Eigentlich ziele ich hier runter. Würde nochmal für steigende Kurse sprechen bei Bitcoin und bei Ethereum. Aber ansonsten tut sich wenig. Also ich brauche euch hier jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Es tut sich einfach zu wenig. Short hier oben, Long hier unten. Mehr brauche ich derzeit nicht sagen. Ja, auf jeden Fall war es das dann wieder für das heutige Video. Trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen, würde ich mich richtig drüber freuen. Und ansonsten war es das von mir. Guten Start in die Woche und ja, bis morgen früh. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.